Musik 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 Die hat unsere Nacht noch nicht gefahren. Musik 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 Lass mal, lass mal, ich mach bis hin und dann zum Schluss, sagst du es mir. Gut, jetzt ist es raus, ja, frei, so, alles, was er ist, muss man drehen, dass er den Mast aufmachen kann, dass er den Mast aufmachen kann, dass er den Mast aufmachen kann, dass er den Mast aufmachen kann. Ja, ja, bitte, mach mal, mach mal, mach mal, ein bisschen drücken, aber gleich so, gleich so. Seil auf, langsam, zweiten Meter. Nichts, okay. Das Modell ist 10,20 Meter lang, 4,50 Meter breit, ungefähr 3,50 Meter hoch, wiegt 11 Tonnen. Das Fundament haben wir jetzt gemacht in der Tiefe 10 Meter und in der Breite 15 Meter. Also die angespannte Stimmung haben wir alle mitbekommen, als der Schwertransport sich festgefahren hat. Es war schon ein Nervenkitzel, aber jetzt scheint es ja alles gut zu werden. Ja, natürlich erfüllt es einen mit Stolz, wenn man bei dem Projekt mitgewirkt hat und da die Projektleitung hatte und dann zum Schluss das ganze Ergebnis alle zufrieden stellt. Die Sonne geht langsam auf und alle sind glücklich, dass wir die Skulptur heil aufs Podest gebracht haben. War es am Ende doch noch ein bisschen schwieriger als erwartet? Ja, schon die Ausrichtung, das ist der nasse Untergrund, hat dann die Platten verschoben. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es ja vollbracht. Vorname Silke, Nachname Fantun, kleines V-A-N, Apostroph, kleines T, neues Wort Groß H, O-E-N. Abteilung PG42, das ist Werkstrukturplanung. Und was sind Sie? Ich bin Architektin.